Ich grüße euch. Ich spiele weiter auf LS 15, auf die Porta Westfalica. Ich habe die letzten beiden Videos sich hochgeladen habe, aus Versehen auf die neufriesische Map tituliert. Das war ein Fehler. Das ist auch Porta Westfalica. Wie ihr hier seht, bin ich schon bei der Rübenernte und habe mir dafür zwei ordentliche LKWs gekauft, die auch ein ordentliches Wasser von Württemberg haben. Das sind die zwei Scanias. Links seht ihr den zweiten Scania. Der ist noch ein bisschen größer. Das ist er. Gut, das ist auch nicht so weit zur Zuckerfabrik. Aber man schafft das wenigstens was. Dann kann der Rübenernte immer im Gange sein. Entschuldigung. Ihr wisst ja, ich bin nicht so ein großer Schnacker. Schaut euch die Map mal weiter an. Da kommen noch ein paar Erneuerungen, die ich hier reingebracht habe. Aber schaut eben weiter. Da werdet ihr es sehen. Ich sage jetzt mal Tschüss. Euer Bernd. Moin Moin. Bis zur nächsten Folge. Abonniert. Tschüss. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020